Hi, äh... Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Nur einen? Nur einen. Seid das so? Nee, nur einen Cheeseburger. 1,2,3,3,4 Super! Nur einen? Nur einen? Ja, ich will schon ein paar mehr, aber das zeig ich euch jetzt leider gleich. Das wird so lustig. Ich würde sagen, Jungs, ein Cheesy? Kann man mal machen. Kann man machen. Obwohl man es auch da hängt. 1,2,3 bitte. Oh. Bitte. Fuck Leute, da war jetzt Endstufe. Was? Was denn? Sie wollen doch einen Cheeseburger bestellen. Ja, ja. Ja, wie oft wollen Sie denn hier wunsch fahren? Ja, weil Sie keinen Hunger mehr haben. Aber erst mal schnell... Wird ja mal reinkommen, oder nicht? Nee. Wir essen die doch immer. Was? Wir essen die doch dann immer einzeln. Was? Ja, weil es schmeckt besser dann. Für den Geschmack. Was denn? Ist das jedes Mal einer von uns? Ja, aber Kunde ist doch König. Was? Kunde ist doch König. Der Chef schlägt gerade und beobachtet euch. Ja, wo ist denn das Problem? Nee, egal. Ich krieg ne Anzeige dann. Weil wir Essen bestellen. Weil wir Essen bestellen. Was denn? Wegen sowas ne Anzeige. Wir wollen doch genau so essen. Ja.